Warum werden Motorradmotoren immer größer? Die Frage, die man von euch gestellt. Und das ist schon komisch, denn die Grenzwerte für Schadstoffe werden immer niedriger und strenger, die EU-Norm immer restriktiver, Automotoren werden immer kleiner und elektrischer und Motorradmotoren werden gefühlt immer größer. Woran liegt das? Das schauen wir uns heute einmal in dem Video an. Früher war die Mittelklasse noch ganz fest 600 Kubik. Und an Motorrädern mit einer langen Historie kann man sehr gut nachvollziehen, wie die Kubikzahl immer weiter gewachsen ist. Ein Paradebeispiel dafür ist die BMW GS. Bei der allerersten R80 GS waren es noch 779 Kubik und die erste richtige Gummiku R100 GS waren schon bei 980 Kubik. Dann folgte 1100, 1200, 1250 und jetzt die BMW GS 1300. Nur die reinen Vierzylinder-Supersportler sind in der Kubikzahl relativ gleich geblieben, aber woran liegt das? Nun gibt es Normen und Richtlinien, an die sich die Hersteller halten müssen. Das sind für uns jetzt vor allem die EU-Richtlinien, aber keine Sorge, das gibt es auch in den USA und China. Und die sind prinzipiell nichts Schlechtes, denn es wird ein technischer Fortschritt verlangt, was bedeutet, wir haben auch immer eine Markteintrittsbarriere für Hersteller, die sonst mit Billigprodukten in den Markt schwemmen könnten. Die ersten Normen für Autos kamen so 1970 und peu a peu kamen immer mehr Schadstoffe dazu und bei den Schadstoffen wurden die Grenzwerte immer weiter gesenkt. 1997 kam dann die erste Richtlinie für Motorräder, damals angefangen eben mit der Euro 1 und jetzt sind wir mittlerweile bei der Euro 5 2024 dann die Euro 5 Plus oder 5 B. Und wie ihr hier sehen könnt, sind die Grenzwerte immer niedriger geworden. Aber da stellt man sich die Frage, stoßen ein großer Motor nicht mehr Schadstoffe aus als ein kleiner Motor oder warum werden die Automotoren denn alle kleiner? Schon richtig, wenn wir zwei Motoren haben, die exakt gleich aufgebaut sind, die gleiche Effizienz haben, die gleiche Nachbehandlung, wird der kleinere Motor immer weniger Schadstoffe emittieren als der große Motor. Also scheint ein großer Motor kontraproduktiv zu sein. Und das stimmt auch. Würden wir die Motoren kleiner lassen, Effizienz woanders herholen als durch die Hubraumvergrößerung, könnten wir noch mehr Schadstoffe sparen, würden vermutlich aber Leistung verlieren und da müssen wir einen ganz kurzen Abstecher in die Theorie machen. Zur Berechnung der Leistung in Verbrennungsmotoren gibt es eine einfache Formel. Und ich denke, ein paar Parameter davon kennt ihr, also gerade Drehzahl und Drehmoment. Das heißt, wir haben auch eine einfache Möglichkeit, mehr Leistung zu generieren, das heißt einfach, die Drehzahl zu erhöhen. Wenn man sich die ganzen Leistungskurven anschaut, dann sieht man oben aber immer so einen starken Knick oder Abfall der Leistung, obwohl die Drehzahl höher wurde. Das liegt daran, dass da der Luftstrom zusammenbricht, beziehungsweise wenn wir mehr Leistung generieren wollen aus einer höheren Drehzahl, müssen wir auch immer den Ladungswechsel optimieren, das heißt, die entsprechende Menge an Luft mitzuführen. Und so kann man durch mehr Drehzahl zum Beispiel Leistung generieren. Kommen wir auf das Thema zurück, warum wachsen dann die Hubräume? Naja, es ist ganz einfach. Was ist, wenn die Abgasnachbehandlung immer strenger wird? Wir also mehr Katalysatoren verbauen müssen, was quasi den Luftstrom auf der Abgasseite hindert und somit die Leistung reduziert. Wir aber die gleiche Leistung, wie im Modell ja davor haben möchten oder glauben, diese haben zu möchten, beziehungsweise wenn wir sogar noch mehr brauchen. Wir haben jetzt nicht nur Euro 5 statt Euro 4, nein, wir brauchen jetzt 145 statt 140 PS. Da muss sich dann halt irgendwas machen und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wir uns gleich mal anschauen. Eine davon ist eben die Hubraumvergrößerung, denn es ist die billigste. Schauen wir jetzt nämlich mal die reinen Vierzylinder-Supersportladen aller Yamaha R1, die es seit Ende der 90er Jahre gibt, ist der Hubraum immer gleichgegeben. Es sind immer 998 Kubik. Das liegt vor allem an der Homologation für den Rennsport, dass wir in Rennen teilnehmen dürfen, aber die Leistung ist gestiegen von 150 PS bei 10.000 Umdrehungen auf über 200 PS bei 13.500 Umdrehungen. Und wenn wir uns jetzt die Leistungskurven angucken, da wird es wirklich interessant, hat die neue Yamaha bei 10.000 Umdrehungen genauso viel Leistung wie die erste Yamaha. Das heißt, Yamaha hat es geschafft, durch sonstige Effizienzsteigerung die Leistung zu halten. Die haben nicht mal mehr Leistung generiert weiter unten. Sie haben durch Drehzahlerhöhung oben mehr Leistung gewonnen und durch Effizienzsteigerung anderer Art haben es geschafft, die Leistung bei 10.000 Umdrehungen gleich zu halten. Diese Effizienzsteigerung der Mittel waren zum Beispiel die Umstellung von Vergaser auf Einspritzung, was die Effizienz deutlich erhöht. Das nächste, wie gesagt, war Drehzahlerhöhung. Und dann kam noch ein Mittel, was auch recht günstig ist. Das ist die Erhöhung der Verdichtung. Problem ist, wenn man die Verdichtung erhöht, muss man aufpassen, so 10, 20 Grad vor und nach OT, dass sich Ventile und Kolben nicht aus Versehen berühren. Plus, wir kriegen halt ein Temperaturproblem. Das heißt, wir brauchen vor allem auf der Ventilseite brauchen wir entweder Titanenventile, Titanenbeschichtete Ventile oder die Ventilsitzringe müssen beschaffen sein. Und da kommen wir in den Bereich, wo wir anfangen, Materialien zu ändern. Und glaubt mir, wenn sich irgendwas in dem Motor so schnell bewegt wie die Ventile, hat kein Ingenieur Bock da irgendwas an Materialien zu ändern. Aber wenn man eben diese Humligation für den Rennfort schaffen muss, dann muss man sich eben was einfallen lassen. Und da heißt es halt dann, die Verdichtung erhöhen und andere Materialien verwenden. Ein weiteres Mittel ist natürlich die Reibungsreduzierung. Heißt, Oberflächen so weit optimieren, dass die Reibung minimiert wird. Man kann dann, das hat Audi auch mal nicht ganz erfolgreich versucht, an den Kolbenring, da entsteht ja die größte Reibung, optimieren, wo man halt wirklich sehr, sehr aufpassen muss. Und wenn man sich das alles vor Augen hält, was man alles beachten muss, dann gönnt man sich einfach ein Hubraumplus. BMW hat es ja meiner Meinung nach auf die Spitze getrieben mit Shiftcam. Da habt ihr eine Nockenwelle mit zwei Nockenprofilen. Damit kann man so eine Euronorm halt super easy einhalten. Man muss halt die komplette Nockenwelle im Fahrbetrieb einmal rüberschieben. Für mich ist das die dynamische Vollkatastrophe. Aber BMW macht das sehr gut. Wie haltbar die Motoren sind, werden wir noch sehen auf Dauer. Ich vermute aber, die können das schon ganz gut. Aber so ein Hubraumplus von 50 oder 100 Kubik ist da einfach am günstigsten. Richtig teuer war vermutlich der Umstieg von V2 auf V4 bei Ducati, um einfach dauerhaft mit Euro 5 die 200 PS zu knacken. Hier kam es schon von 1000 Kubik, der 9,99 auf 1285 Kubik, der Panigale 12,99 mit einem überquadratischen Kolbenhubverhältnis. Was aus dynamischer Sicht und Ingenieursicht die absolute Vollkatastrophe ist. Aber ein geiles Bike. Daran erkennt man aber schon diesen Lebenszyklus des Motors. Also habe ich schon alles aus Titan, also Ventile, Ventilsitzringe, habe ich schon Schmiedekolben. Ist das alles schon passiert? Habe ich schon überquadratisches Kolbenhubverhältnis? Dann merkt man, der Motor ist so langsam am Ende seines Lebenszyklus angekommen und ist auch schon 13,5 zu 1 verdichtet und schafft gerade so die Euro 4 Norm, ja dann wird er halt die nächste Norm vermutlich dann eben nicht mehr schaffen. Und da kann man aber ganz gut ablesen, eben wie weit ein Motor fortgeschritten ist in seinem Lebenszyklus. Und warum werden Automotoren dann immer kleiner? Naja, also bei Automotoren ist es ja prinzipiell erstmal das Gleiche. Nur sind Motorradmotoren Hochdrehzahlkonzepte. Die sind in der Regel nicht ausgelegt für 300.000 Kilometer. Ein Auto, bei einem Auto sind 100.000 Kilometer bei Weitem nicht so kritisch wie bei einem Motorrad. Die drehen schon mal nicht so hoch und generieren nicht so viel Literleistung wie ein Motorrad. Das ist das eine. Zum anderen ist bei einem Auto so, wir haben halt mehr Masse drumherum. Das heißt, wenn ich irgendein Bauteil verbaue, was von mir ist 30 Kilo wiegt, wird das nicht so ins Gewicht fallen. Vor allem, wenn es zusätzlich Leistung generiert. Das heißt, man stopft einfach mal einen Turbolader rein. Das heißt, mehr Abgasnachbehandlung plus Turbolader oder eben Hybridtechnologie. Dann kann ich einen kleineren Motor machen, der weniger Leistung hat, weniger Ausstoß, weil viel nachbehandelt wird. Und dann haue ich hinten noch zwei Elektromotoren rein auf die Hinterachse. Dann habe ich wieder eine höhere Systemleistung. Das sind so die Gründe, warum Automotoren im Vergleich zu Motorradmotoren immer kleiner werden. Und bei Sportwägen ist es so, wenn man dies nicht in Masse produziert, also ich meine jetzt nicht AMG C63, sondern echte Sportwägen, das kann man einfach ausgleichen über einen Flottenverbrauch, was bei Autoherstellern geht, was bei Motorrädern so leider nicht gibt. Es gibt bei Motorrädern eine Methode, wie man sich ein bisschen durchmogeln kann, und zwar Kleinserien. Ich meine, Ducati hat das mal in Anspruch genommen, April ja auch. Da kriegt man dann besondere Auflagen, die ein bisschen weniger stringent sind, weil man halt eben nur kleine Serien produziert. Ist irgendwann Ende des Hubraumwahns in Sicht? Ja, vermutlich. Es ist halt so, beim Motorrad sind wir im Gegensatz zum Auto durch Masse und vor allem durch rotierende Masse begrenzt. Irgendwann kann man das Ding nicht fahren. Sogar die Münch Mammut 2000 auch war mit ihren 200 Blittern. Wenn ein Motorrad viel zu groß und viel zu schwer wird, dann funktioniert das halt einfach irgendwann nicht mehr. Man kann auch bei Motorrädern mit entsprechend kleineren Turboladern nachhelfen. Damit könnte man einfacher höhere Euronorm erfüllen, wobei auch das nicht unbedingt ein Allheilmittel sein muss. Die Coverside H2 ist zwar ein Kompressor, aber hat die Euro 5-Hürde auch nicht gepackt. Also woran hat es gelegen? Ja, woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Haju, woran hat es gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt es gelegen? Dann fragt man sich nachher, dass ich immer woran gelegen hat. Es sind die strengeren EU-Richtlinien, die Hersteller dazu zwingen, Motoren auf den Markt zu bringen, wo hinten weniger Schadstoffe rauskommen als noch bei der Norm davor. Das führt zu einer höheren Abgas-Nachbehandlung, das führt zu höheren Standgas beim Anlasten des Motorrades und das führt zwangsläufig irgendwann zu einem Leistungsverlust. Um diesen Leistungsverlust auszugleichen oder eben aus Verkaufsgründen noch mehr Leistung generieren zu können, schöpft ein Hersteller alle Mittel aus und natürlich nimmt er das günstige Mittel vor den teuren Mitteln beziehungsweise in Kombination aus beiden. Das heißt, Hubraum Plus Plus Shift Cam habe ich mehr Leistung, mehr Drehmoment und einen saubereren Motor. So einfach ist es. War ein recht großes Video. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, ein bisschen was mitgenommen. Dann lasst mir gerne ein Abo da, lasst mir gerne ein Like da und ansonsten bis zum nächsten Video.